Im August 2016 bin ich nach New York City geflogen, um eine der spannendsten Städte der Welt zu fotografieren. Daraus ist ein sehr detailliertes Lightroom und Photoshop Tutorial entstanden. Hier ist das Behind-the-Sets. Wir sind gerade in der neuen Metrostation vom World Trade Center. Die wurde ja zwangsweise neu gebaut, aber schaut euch mal an. Im Gegensatz zu allen anderen Metrostationen ist die hier wirklich sehr, sehr modern und sieht absolut geil aus. Wir haben hier gerade so ein paar Fotos gemacht mit einem Fisheye-Objektiv. Und ungefähr so ist ja die Linse hier auch. Schaut euch das mal an. Mega geil auf jeden Fall. Und ja, wir durften hier Fotos machen. Wir haben extra gefragt vorher im Security-Dienst. Wir dürfen hier Fotos machen, allerdings ohne Stativ natürlich. Das darf man in Amerika irgendwie an keinem Bahnhof. Ist ja auch okay. Aber es ist auf jeden Fall auch genug Licht da, um hier mit Blende 8, ISO 100 und dann da 100-Zera so Fotos zu machen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und vor allem, wenn man hier oben durch das Dach durchguckt, dann sieht man sogar so ein ganz klein bisschen das World Trade Center. Also richtig, richtig geil. Nur mal so ein kurzes Wetter-Update, Leute. Die letzten Tage waren so extrem heiß. Das ist unfassbar. Immer so um die 35 Grad. Aber gefühlt wie 40. Mindestens. Also man duscht und geht aus dem Haus und ist so nach drei Minuten wieder komplett durch. Das ist so unfassbar. Und die Metro unten, das werden die Leute, die schon in New York waren auch kennen, die ist noch mal heißer. Wobei jetzt heute macht es eigentlich kaum noch einen Unterschied. Aber wenn man da unten ist und auf die Züge wartet, ist es unfassbar heiß. Und ja, man kann nichts dagegen tun. Die Züge sind dann zum Glück wieder klimatisiert. Dann kommt man wieder so ein bisschen runter, dann geht man wieder raus und dann ist es das gleiche Spiel wieder von vorne. Und dementsprechend sollte man vielleicht nicht unbedingt im August nach New York fahren, so wie wir es jetzt getan haben. Obwohl natürlich das Wetter an sich schon ganz cool ist. Also Freunde, ich bin vor dem World Trade Center, vor dem One World Trade Center wohl gemerkt. Und ja, es ist so langsam wieder Zeit für den Sonnenuntergang. Ich bin jetzt als erstes hier mal von der anderen Seite quasi rangegangen. Und von der Seite wollten wir eigentlich das von dem Hochhaus machen, diese ganze Perspektive. Allerdings haben wir jetzt hier keine Möglichkeit gefunden, auf das Hochhaus raufzukommen. Aber trotzdem haben wir eine coole Perspektive gefunden, auch vom Boden, die doch relativ ansprechend aussieht. Und hier habe ich jetzt mal ein paar Fokus gemacht. Einmal mit dem 14,24 habe ich einmal hier so ein bisschen, ihr könnt es hier unten ja mal sehen, so ein bisschen die Blumen in den Vordergrund genommen und dann so nach oben fotografiert. Es sah sehr cool aus. Dann habe ich das Ganze noch mal im Querformat gemacht, wo ich dann wirklich nur oben die Turmspitzen drauf habe. Und jetzt gerade eben habe ich hier, ihr seht es vielleicht, mein Fischei noch mal drauf geschraubt und einen richtig coolen Effekt gezaubert, der ungefähr so aussieht, wie das jetzt hier im Video. Werdet ihr dann natürlich alles auf meinen Facebook-Seiten, Instagram-Seiten und so weiter sehen. Also da einfach mal rauf gucken. Vielleicht ist das Ergebnis schon online, wenn das Video online geht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal auf die andere Seite und werden da quasi dann die Skyline mit dem World Trade Center so ein bisschen zusammen fotografieren. Von so einem Steg aus sollte relativ cool aussehen. Jetzt ziehen hier gerade schon wieder Wolken auf. Wie immer kurz vor Sonnenuntergang, also das Pech bleibt uns treu. Aber mal gucken, was dabei rumkommen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück zumindest und wir erwischen einen ganz guten Spot und auch eine ganz gute Zeit zum Fotografieren. Bis gleich. Freunde, es ist unfassbar. Das Wetter ist unfassbar. Hinter uns gerade ein ziemlich dramatischer, geiler Sonnenuntergang eigentlich. Zwischendurch regnet es immer wieder wie verrückt. Naja, wie verrückt nicht, aber es regnet auf jeden Fall. Es hat gedonnert. Es hat geblitzt. Jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. Also es ist wirklich jede Minute hier anderes Wetter und es ist Wahnsinn, was hier abgeht. Und eigentlich wollten wir diesen Spot hier fotografieren. Sieht sehr, sehr geil aus. Gerade dann in der blauen Stunde. Wenn die Gebäude noch beleuchtet sind und so weiter, dann sollte das auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Wir hoffen, dass es was wird. Das Wetter zieht sehr schnell weiter. Es ist sehr windig und dementsprechend fliegen die Wolken auch gerade so über uns hinweg. Aber man weiß halt nie, was kommt. Wir sind halt direkt an der Küste. Wir werden sehen, was passiert. So, das Wetter hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Da drüben geht jetzt gerade die Sonne unter und über uns sieht es aktuell so aus. Also fast wieder blauer Himmel. Richtig gut. Und hier hinter uns ist die Skyline, die ich fotografieren möchte. Ich habe jetzt mehrere Pläne. Zum einen möchte ich hier ein Panorama machen. Das heißt, ich werde hier mit meinem 14 Millimeter hochkant von hier drüben einmal darüber das Panorama machen. Und was ich jetzt gerade noch mache. Ich habe jetzt gerade hier wieder mein Fischei drauf. Und ich kann das ja mal hier kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht das auf dem Bildschirm einigermaßen. Dadurch kriegt man einen sehr, sehr geilen Effekt hierhin. Alles wirklich schön kugelrund. Aber dafür habe ich wirklich die komplette Skyline drauf. Und das sieht schon sehr cool aus. Und ich muss mal hier ein bisschen besser festhalten. Irgendwie wackele ich ziemlich doll. Machen wir hier mal so. Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich hoffe, ich kann daraus in Photoshop noch ein bisschen was machen. Ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit, weil wie gesagt, die Sonne geht im Hintergrund gerade erst unter, bis die Stadt dann wirklich angeleuchtet wird. Also so, wie ich es gerne hätte. Dauert es noch ein bisschen. Wobei jetzt hier schon ein paar Lichter angegangen sind in den Bürogebäuden. Also mal gucken, wie lange wir noch warten müssen. Ich hoffe, nicht mehr allzu lange. Das Licht ist super. Es ist wieder sehr, sehr dramatisch. Und ich hoffe, dass jetzt das Gewitter nicht wiederkommt. Das ist ganz richtig. Da hinten gewittert schon wieder. Gerade eben mehrere Blitze gewesen. Es ist unfassbar, wie nah auch hier teilweise Gewitter dran sind, ohne dass man selber betroffen ist. Das ist schon echt krass. Genauso waren wir ja gestern auf dem Rockefeller Center. Da haben wir auch ein extrem cooles Gewitter fotografiert. Und wir selber standen aber noch oben auf dem Hochhaus. Ich habe mich schon selber immer gewundert, dass wir nicht runtergeholt worden sind, weil auf einem Hochhaus ein Gewitter auf einer Terrasse ist ja schon ein bisschen gefährlicher. Aber irgendwann kamen sie dann doch zu uns, als es dann ein bisschen näher kam. Aber daran sieht man einfach, wie nah und wie unterschiedlich... Oh, jetzt. Das war geil. Wie nah und wie unterschiedlich hier dann doch die Wetterlagen sind. So Leute, das Licht ist richtig geil jetzt. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil es mich schon wieder anfängt zu regnen. Da hinten kommen schon wieder schwarze Wolken. Es blitzt schon wieder. Und diesmal kommt es auf uns zu. Dementsprechend habe ich jetzt schon einmal eine Reihe hier durchgemacht. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz das Setup. Also ich habe jetzt hier das Panorama gemacht und das heißt, dass ich erstens mal mein Stativ hier unten mit diesem Level da komplett gerade gelevelt habe. Das heißt, das Stativ an sich kann auf einer Schrägen stehen. Diese Platte hier allerdings ist am Ende wieder gerade. Das ist ganz entscheidend, damit ich dann am Ende ein gerades Panorama machen kann. Da drauf kommt mein Kugelkopf und auf dem Kugelkopf habe ich hier meine Panoramaschiene. Ja, das ist nur eine Schiene für einseitige Panoramen. Es gibt ja auch Aufbauten, hatte ich früher mal für mehrseitige Panoramen. Das ist dann so ein richtiges Winkelding. Aber brauche ich in dem Fall gar nicht, weil ich mache eigentlich immer nur einseitige Panoramen. Deswegen reicht mir diese Schiene. Das Ganze habe ich dann so ein bisschen nach oben gekippt, weil halt einfach dieses Skyline extrem hoch ist und dementsprechend muss ich so ein bisschen nach oben kippen, damit ich alles drauf bekomme mit den 14 Millimetern. Das werde ich dann später in Lightroom oder in Photoshop dann wieder begradigen, weil natürlich haben wir jetzt stürzende Linien, die man dann später nicht haben möchte. Aber da guckt euch mal an, wie geil das hier in diesem Video aussieht mit der beleuchteten Stadt jetzt hier auch schon. Richtig Hammer. Jedenfalls habe ich dann hier mein Stativ genommen und hier unten seht ihr auch schon, dass das Ganze hier nummeriert ist. Also hier sind Skalen drin. Das sind die Gradanzeigen quasi, um wie viel Grad man das Ganze dann dreht. Also ich drehe das Ganze dann wirklich nur um seine eigene Achse und ich habe dann immer alle 30 Grad ein Foto gemacht, beziehungsweise fünf Fotos, denn ich habe hier auch noch Belichtungsrein gemacht. Das heißt, ich habe hier jeweils bei jeder Gradzahl fünf Fotos gemacht von minus zwei bis plus zwei und daraus kann ich dann später ein HDR Panorama machen. Also wie man auch immer das nennen möchte. Genau, das ist so das Vorgehen. Ich habe das Ganze hier noch mit einem Kabelauslöser gemacht, damit ich hier auch die Kamera nicht selber dann noch bewegen muss oder berühren muss. Und dementsprechend ist das Ganze jetzt einmal durch. Ich werde es gleich nochmal machen. Es tröpfelt jetzt allerdings schon relativ stark. Mal gucken, ob ich das jetzt nochmal hinkriege, ohne dass das Objektiv wirklich viel Wasser abbekommt. So, mal gucken. Also, bis später. So Leute. Wow, geil. Habt ihr den Blitz da hinten gesehen? Genau das haben wir gerade noch fotografiert. Wir sind jetzt fertig. Ich habe jetzt gerade eben nochmal mit dem Fischei die Skyline hier nochmal ungefähr so drauf gehabt und wir haben ein bisschen das Gewitter fotografiert, was jetzt doch wieder über Manhattan drüber hinwegzieht. Allerdings, ja, sind wieder Wolken davor und dementsprechend war es schwierig, weil so die Blitze so richtig zu erwischen. Also meistens werden nur die Wolken aufgehellt. Ich habe zwei Fotos, wo wirklich mal Blitze zu sehen sind. Mal gucken, ob ich daraus was machen kann. Ansonsten habe ich jetzt mein HDR Panorama hier gemacht. Das ist zum Glück noch fertig geworden. Es hat zwar so leicht getröpfelt, aber zwischendurch immer wieder das Objektiv abgewischt mit dem Tuch und dann ging das eigentlich. Ja, ein paar Mal blitzt es jetzt hier noch. Also gerade eben hat es fast aufgehört. Deswegen haben wir jetzt abgebrochen. Aber jetzt kommen die Blitzen wieder. Aber es ist wie gesagt nur hinter den Wolken. Von daher nicht ganz so geil. Ja, wir werden jetzt eigentlich mal nach Hause fahren ins Hotel und dann morgen früh den nächsten Spot besuchen. Aber vielleicht gehen wir heute Abend sogar noch zum Times Square. Mal gucken. Eigentlich hatten wir es uns vorgenommen, heute Abend, Nacht quasi noch den Times Square zu besuchen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wir waren nur tagsüber bisher im Times Square. Und gerade in der Nacht wollen wir da auch noch mal ein paar Fotos machen mit so einem geilen, gelben Taxi so im Vordergrund und so. Haben wir schon ein paar Ideen, wie wir das machen könnten. Müssen wir mal gucken, ob das klappt und ob das auch heute klappt. Je nachdem, wie das Wetter jetzt sich entwickelt. Schaut mal, wo wir gerade noch sind. Das ist die alte Feuerwehrstation, wo damals die ersten Feuerwehrleute ausgerückt sind bei 9-11. Das ist ja hier auch direkt um die Ecke. Also da hinten ist ja das neue World Trade Center. Und ja, ist schon sehr krass zu sehen. Mal so diese Station. Daneben ist auch so ein Tribute Center, wo man sich die Geschichte auch noch mal erzählen lassen kann. Und die fotografieren wir gerade hier noch mal. Sieht eigentlich ganz geil aus. Mal sehen, was man daraus machen kann. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Es ist jetzt ungefähr 5 Uhr und wir sind schon da an unserer Location. Wir haben uns diesmal hier in Long Island aufgebaut, mit Blick auf die Skyline, auf die, ja, auf die Skyline von Upper Manhattan. Und ja, sieht sehr cool aus, weil wir auch ein sehr cooles Vordergrund-Element haben. Wenn ihr das da seht, im Hintergrund. Das sind so eine Sitzbänke, so eine geschwungenen Sitzbänke. Und die haben wir halt im Vordergrund und dahinter dann die Skyline. Sieht sehr, sehr cool aus. Und es ist hier auch komplett leer. Na ja, gut, es ist 5 Uhr morgens. Aber ich glaube, das ist hier eher so ein Park von so einer Wohnanlage. Also man kann es öffentlich betreten. Aber ich glaube nicht, dass hier auch tagsüber sehr viel los ist. Von daher, cooler Spot. Ich habe ihn so jetzt auch noch nicht oft gesehen im Internet. Von daher, vielleicht mal ein bisschen was anderes. So in Einstellungen. Ich komme jetzt noch hier mit rüber. Jetzt bin ich leider nicht mehr im Licht. Hier seht ihr die Kamera aufgebaut. Und hier, so sieht das erste Ergebnis aus. Also da sieht man schon hier im Vordergrund schön die Bänke und im Hintergrund dann die Skyline. Aktuell ist es noch so, dass ich mit Blende 8 fotografiere, ISO 130 Sekunden, weil es noch relativ dunkel ist. Für die Highlights mache ich dann immer schon eine Unterbelichtung. Aber ansonsten bleibt das jetzt erstmal so, bis es dann heller wird. Auf der anderen Seite, da hinten, geht nachher die Sonne auf. Da wird es schon ein bisschen heller. Aber das dauert noch ein bisschen. So lange bleiben wir jetzt noch hier. Gucken mal, wie es läuft. Und dann, ich gehe mal wieder ans Licht hier. Und dann werden wir hoffentlich mit einem coolen Ergebnis zu Hause kommen. So Leute, wir sind fertig mit dem Spot. Es ist jetzt auch schon hell. Und ja, wir haben mal wieder Pech gehabt. Wir haben uns extra heute mal einen Spot ausgesucht, wo es nicht so wichtig ist, wie der Sonnenaufgang aussieht. Und wir haben ja sogar in die andere Richtung fotografiert. Das heißt, die Sonne geht ja eigentlich da drüben auf. Und jetzt guckt euch mal an, wie geil dieser Sonnenaufgang heute aussieht. Also das Pech bleibt uns echt treu. Jetzt haben wir einmal nicht auf den Sonnenaufgang spekuliert und dann wird er halt geil. Also wie gesagt, irgendwie ist diese Woche so ein bisschen verzwickt für uns. Aber wir versuchen trotzdem natürlich immer das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, dass wir jetzt, wir haben noch zwei Sonnenaufgänge vor uns. Also Dienstag und Mittwoch sind noch da. Ich hoffe, dass wir da noch zwei gute Sonnenaufgänge haben werden. Und wir dann auch nochmal ein bisschen was rausholen können. Aber es ist echt so, es läuft irgendwie alles schief, was schieflaufen kann. Und irgendwann zweifelt man dann so ein bisschen an sich selber, warum gerade wir. Man gibt so viel Geld aus für so eine Reise. Manhattan ist ja auch nicht gerade billig. Und dann sowas. Irgendwie das ist so nicht nachvollziehbar. Aber es ist immer so. Immer wenn ich da rüber gucke, werde ich wieder so, oh nein. Egal. Ja, wir gucken jetzt weiter. Wir gehen jetzt nachher nochmal in den Central Park. Da das ja gestern wieder nicht geklappt hat. Weil es zu heiß war. Hoffen wir, dass es heute besser ist. Weil heute ist auch die Temperatur, ich glaube heute wären es nur 32 Grad. So ist es zumindest angesagt. Und dementsprechend probieren wir es heute nochmal. Und ich hoffe, dass es dann endlich heute klappt mit dem Central Park Shot. Dann kann ich euch den auch mal zeigen. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Im dritten Versuch sind wir jetzt endlich dahin gekommen, wo wir hinwollten im Central Park. Auf den Roof Garden im Museum. Und ja, wir haben erstmal 25 Dollar Eintritt gezahlt für das Museum. Nur so kommt man hier überhaupt drauf. Aber dann hat man halt einen entsprechend geilen Blick über den Central Park. Und hinten die Skyline. Das ist einfach unglaublich geil. Wenn im Vordergrund so viel Grün ist, so ein bisschen unscharf gemacht. Und im Hintergrund dann die Skyline. Also richtig, richtig geiler Spot. Ich habe jetzt hier gerade so viele Fotos gemacht. Ich dachte erst, dass man mit 200 Millimeter fotografieren muss. Muss man aber gar nicht. Ich hatte jetzt nur das 70-200er dabei. Habe jetzt immer auf 70 Millimeter fotografiert. Und dann teilweise auch jetzt noch ein Panorama gemacht. Einfach um noch ein bisschen mehr von der Skyline drauf zu kriegen. Aber es ist dadurch schön komprimiert alles. Ja, sehr, sehr cool. Ich mache jetzt hier noch ein paar Bilder. Und dann geht es weiter. Was auch noch wichtig ist zu wissen, wenn ihr hier hoch wollt. Es werden keine großen Taschen erlaubt. Das heißt, wir mussten hier mit unserem Fotorucksack, durften wir nicht mit rein. Deswegen sind wir einzeln hochgegangen. Micha wartet jetzt gerade unten mit meinem Rucksack. Ich habe jetzt nur die Kamera mitgenommen und das eine Objektiv und das Stativ halt. Für das Stativ kriegt man ganz einfach eine Genehmigung unten an der Rezeption. Und das ist also kein Problem. Aber nehmt halt keine großen Fototaschen mit, sondern wirklich nur die eine Kamera, die ihr benötigt. Hier siehst du jetzt noch die Ergebnisse von diesem Tag. Und wenn es dir gefallen hat und du Interesse daran hast, wie ich diese Bilder bearbeitet habe, dann klick doch einfach mal auf www.stephanschäfer-store.de. Dort findest du jetzt ein umfassendes Videotraining dazu, wie ich diese Bilder bearbeitet habe. Und ich erkläre dir von A bis Z, wie das Ganze funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du Fragen hast, kommentiere unten unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.